Wenn Sie in München gewinnen, gehen Sie dann am Sonntag zum Oktoberfest, also haben Sie Ihre Lederhose dabei und dürfen dann die Spieler zur Belohnung mit Ihnen nach einem Sieg in München auf Oktoberfest? Was denkst du? Wir haben am Dienstag gegen FC Milan. Wir haben keine Zeit für das. Es ist natürlich nicht unser Rekord. Wir kommen wieder nach dem Spiel, wir kommen zurück und wir trainieren Sonntagmorgen in Leverkusen, um den nächsten Superbereiter zu haben. Wir haben eine große Woche, das ist für uns sehr wichtig.